Schade, ja, jetzt passiert noch was. Nein, nein, es ist ja alles schwarz noch. Er muss die Hand da reinstecken. What the fuck? Hä? Was ist das denn? Äh? Ein Stück Holzbrett. Ich weiß nicht, was mit mir kommt. Jetzt müssen wir vielleicht wieder zu... Ähm, ich würde vorschlagen... Ah, weißt du, was los ist? Ich weiß, was los ist. Pass auf, das erste Mal, wo du hier warst, standst du genau... Ja, ja, da passiert jetzt eh nichts. Das erste Mal, wo du hier warst, standest du hier an der Ecke. Und von wo kam der dann einmal ganz kurz? Von hier. Und dann musstest du dich hier auf den Stuhl setzen. Und wo kam er jetzt? Von hier. Also müssen wir uns jetzt hier auf den Stuhl setzen. Ah, der Schatten ist noch da. Ich sag, wir müssen uns hier draufsetzen. Also? Nee. Oder hier? Nee. Aber hier. Das wird chillen, oder was? Ah, nee, doch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht... Geh nochmal den Weg zurück. Ja, warte, hier ist auch noch ein Stuhl. Das wäre jetzt zu krass, wenn man sich da draufsetzen müsste. Ich mag Stuhl. Das ist nur Fernsehen. Kannst du den halten? Das ist drei Minuten. Drei Sekunden vor fertigem Popcorn, oder so. Ich glaube, du musst einfach den Weg wieder gehen. Da ist nichts okay. Ah, stimmt. Na ja, von da sind wir ja gefahren. Genau. Was sagen die Bilder? Das sind immer dieselben die Bilder. Landschaftsbilder und so. Weißt du, wir können uns da nochmal draufsetzen? Kannst schon, da geht die Tür einfach wieder zu. Meinst du? Oder nicht? Nee. Ist nur beim ersten Mal zu. Aber jetzt kommt er. Aber ich glaube, jetzt kann er nicht hinter dir stehen. Nein, nein, nein. Ach, hier, stirbst du. Oh, verdammt. Ach, nee. Jetzt müssen wir das alles normal machen. Du musst dich nur einmal aufsetzen, oder musst du raus? Ja, weil da drin kannst du kein Blitzlicht benutzen. Doch, doch. Beim ersten Mal schon. Ich hab's kunst beim ersten Mal. Also ja, aber nachdem du dich einmal hingesetzt hast, nicht mehr. Ja, wenn du dich hingesetzt hast, kannst du nicht mehr. Oh, jetzt müssen wir wieder links. Das hilft ganz Spaß. Das Licht, das ging von der Leine an. Meinst du das Licht ging von der Leine an, von der Kerze, von dem Loch, oder nachdem du ein paar Türen aufgemacht hast? Nachdem du ein paar Türen, ich hab's gesehen, es ist dann aufgenommen. Also, das müssen wir nur ganz langsam aufmachen, die Tür. Oh, ja. So schön. Oh. Wie viel müssen wir jetzt mehr aufmachen? Warte, ich will mal zählen. Eins. Du willst dich noch nicht erschrecken. Zwei. Ja, du bist ganz lustig. Hä? Ah, nee, drei. Reicht das? Nee, guck, da ist es dann. Ah, meinst du, wir können jetzt schon rein? Ah, wir können jetzt schon rein, sogar, guck. Also, jetzt gehen wir gerade hier in den Raum rein. Beim ersten Mal war lustig, beim zweiten Mal ist einfach nur noch irgendwie... Von wo kommt der jetzt, von wo kommt der jetzt? Von rechts oder links? Du musst einfach ein bisschen nachher rumlaufen, dann kommt der einfach rein. Wenn du sofort, wenn du sein erstes Geräusch hörst... Ja, bleib ihm so in der Ecke, dann... Dann kann doch, dann kann doch... Warum konntest du die Kamera benutzen? Ich weiß gar nicht. Hast du dich noch hingesetzt? Was ist das? Ich glaube, das ist dann so ein chill-Raum. Er kommt. Nee. Doch, doch. Wieso ist er jetzt nicht gekommen? Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Der kommt ja ein bisschen später. Weißt du, ich muss mich öfters auf den... Nee, 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 nee. Keine Frage, nee, geh mir doch raus, da, Mann. Meinst du, ich muss mich öfters auf den Stuhl setzen, vielleicht? Vielleicht müssen wir uns öfters auf den Stuhl setzen und ihn einfach attackieren. Als ob man ihn attackieren muss. Aber jetzt kommt er ja auch. Warte mal, aufwischen! Ah, nee, aufrichten. Ah, sorry, tut mir leid. Ah, aufwischen. Jetzt kommt er. Ich... Ja, ich kann kein Foto mehr machen. Ja, dann kommt er. WTF? WUH! WISO? WUH! WISO IST DAS PASSIERT JETZT? WUH! Sag mal. Nee, das ist scheinbar weg, doch gar nicht. Wir brauchen eine Denkminute. Also, wenn man sich auf den Stuhl setzt, dann kommt er. Aber er ist beim ersten Mal jetzt nicht gekommen. Vielleicht wäre ich nicht lange sitzen geblieben. Und ich könnte auch nicht mehr ein Foto machen. Ja, eben. Sobald du nicht ein Foto machen kannst, ist voll behindert. Ja, ich frage mich, ob... Ja, nee, die Puppe will ich nicht einsammeln. Scheiß, hast du gleich da rein? Ja, ja, habe ich ja eben gerade gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Du hast dann komisches Smiley da gemacht. Was ist denn Smiley? Soll ich mich jetzt da draufsetzen oder nicht? Bleib mal sitzen und mach nichts. Ja, dann sterbe ich. 100 pro. Wir schauen mal. Bleib mal sitzen. Jetzt chill mal. Ich kann auch kein Foto mehr machen. Jetzt kannst du rausgehen. Nee, draußen konnte ich eben auch nicht. Reicht langsam, oder? Doch, weil ich meine, vorhin bist du ja auch rausgegangen. Beim ersten Mal passiert wirklich nichts. Natürlich. Jetzt kannst du ein Foto machen, ne? Ja. Das heißt, jetzt, wenn er kommt... Aber jetzt siehst du mal, auf dieser Tür rausgekommen. Ja, das stimmt. Und beide Türen sind einfach aufgegangen. Meinst du, wir müssen den irgendwie hier hinlocken, oder so? Guck mal. War das vorhin auch schon? Nee, das hab ich gar nicht gesehen. Aha. Als ob. Machen wir nicht. So, willst du weiterspielen? Es geht auch immer weiter runter hier, ne? Der Typ muss richtig Cash haben, um so ein Haus zu bauen. Ja, das ist ein richtig großes Kleid. Das hier alles. Jetzt findet immer... Na, die Kamera? Ah, nee. Jetzt kommt wieder so ein enger Raum. Jetzt, wo ist die kranke Mary? Die war doch auch mal da. Ist mir ein bisschen zu optimistisch. In diesem Richtung, aber... Nein. Das Loch. Geht da rein. Schaut, ja, jetzt passiert noch was. Nein, nein, es ist ja alles schwarz noch. Er muss die Hand da reinstecken. Was ist das denn? Ein Stück Holzbrett. Und... Kannst du speichern? Kannst du mal erfüllen? Nee. Wieso nicht? Mach mal kurz. Hä? Ah, jetzt kannst du durchschauen. Ah, tatsäch... Meinst du? Nee. Guck. Stopp. Alles was. Was ist das für ein Raum denn? Vielleicht musst du jetzt einfach wieder zurück... Ah, vielleicht musst du jetzt in den Raum da gehen, wo wir nicht weitergekommen sind. Ja, aber wir sind ja auch unten. Ah, nee, ja, stimmt. Das wundert mich jetzt. Also, es kann schon sein, dass wir wieder hoch müssen, aber... Weil wir können ja nichts mehr machen. Ich würde die kranke Mary. Nee, das war mein Magen gerade wieder. Das ist... Ach, da hast du dich synchron... ...gemacht? Ja, ja, ich hab dich... Mein Magen hat dich synchronisiert, ja. Ich darf's gratis, jetzt playen dafür. Also, wir müssen wieder hoch. Also, ich setze, wir müssen wieder hoch, gell? Ja. Ich küsse wieder zu. Ah, aber ist er noch weg? Nein, nein. Doch, da rechts. Nein. Ach so. Wollen wir vor da? Hier ist Blut. Oh, oh. Ah, jetzt kommt er sicher da oben wieder. Da ist nichts mehr. Er kommt jetzt sicher da. Ja, ich schwör's, ich kenne's mir gut. Also, wir müssen sicher... Wir müssen sicher wieder hoch. Hinter dir? Weil? Machen wir das wieder zu? Sonst denkt er... Ah, ne. Ist mir egal, was er denkt. Müssen wir vielleicht wieder in seinen Kippraum gehen. Können wir uns da jetzt hinsetzen? Nee, was ist das nicht jetzt hinsetzen, ne? Ich würde das nicht hinsetzen. Ja, jetzt müssen wir definitiv in diesen Raum gehen. Nicht den, nicht den. Es gibt den, schade kann ich mal erst rein. Den hier? Nein, nein. Ah, vielleicht. Oder den hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab voll keinen Bock zu sterben, aber ich muss das alles wieder auf den Vorderen machen. Was bringt das? Was bringt dieser Schrank hier? Ja, der ist ja noch schlimmer hier. Es muss dort ab. Ja, er kann nur die Vase haben. Er kann nur da sein, ja? Mach das, wenn er kommt. Heißt jetzt weg. Er könnte auch hinter mir sein. Aber die Musik ist weg. Nee, die kommt wieder. Mach da ein Foto. Stell. Geht nicht. Ja, genau. Mach da noch ein bisschen Licht und so, dass du ganz, ganz vergisst. Wir müssen hier links rein, glaube ich. Ja. Meinst du? Ja, du musst was. Ich weiß halt nicht. Meinst du, wir müssen uns auf den Stuhl setzen? Weißt du, was ich mich frage? Ob das Spiel wieder zu dunkel ist, wie wir damals beim ersten Paar drüber gemacht haben. Dich mal? Geht nicht. Ich schick's nicht. Hab dich doch da was rausgenommen. Ja, kommst du nicht mitnehmen, gell? Hm. Das macht doch was keinen Sinn. Meinst du, das ist wieder zu dunkel eingestellt? Warte mal. Mach mal. Video. Oh ja, die Helligkeit ist extrem dunkel. Oh, scheiße, warte. Ist noch alles am aufnehmen? Mhm. Zu weit, zu gut, ja? Mal annehmen. Aber es ist ein bisschen scheinbar. Und wenn er jetzt kommt, hab ich geschissen, ne? Annehmen, ne? Annehmen müssen. Annehmen. Ja, hab ich ja. Machen wir das weg. Nee, ist genauso dunkel. Jetzt ist es noch schlimmer, hab ich das Gefühl. Ja. Ich will wieder normal machen. Video? Nee, das muss so hell sein. Ja, du darfst das hier. Stelle sicher, dass das untere Massage... Ach, das... Ja, ja, das untere. So. Ja, das, ja. Oh, nee, jetzt höre ich wieder dieses Türgeräusch. Wäre mega unfair, wenn der jetzt kommen würde. Kerl, eigentlich, das ist voll fies, eigentlich. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich so. Dass wenn man Stop drückt, dass es trotzdem weitergeht. Nein, nicht einfach. Nein! Der kommt von überall, komm! Er ist vorne, er ist da vorne in der Decke. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, da vorne, da rechts. Leider. Ja, er war da. Mach einfach ein Foto von Arlen. Was jetzt? Es ist aber, es ist immer noch heller als vorher, ne? Egal, jetzt. Geh mal zu diesem Raum, ja. Hey, die Leiche hängt nicht mehr, oder ist die schon vorher weg gewesen? Ist die schon weg, wo du runter bist. Es ist mir zu hell. Dann geht er zum Licht. Ich muss nur eins... Warte kurz, ganz kurz, einen Moment. Ich will noch eins wieder dunkler schalten. Tut mir leid, Leute, es muss nur wieder so wie vorher sein. So. Ich weiß ja nicht, ob ob es das im Vollbild... Der macht das im Vollbild, doch, doch. Da habe ich eben gerade drauf geguckt. Oder? Schau mal, ne, schau mal, hier ist... Geh mal mit der Gamma aus ganz gut so. Ja. Ah, müssen irgendwie das skalieren, hier? Ja, genau. Ja, genau. Läuft noch alles? Läuft, läuft, läuft. Audio läuft. Oh, warte. Nein! Nein! Tut mir leid, Leute. Ich habe verkackt. Mach, Roto. Zurück. Es geht, es geht, es geht, es geht. Weiterspiel, chill. Roto. Nein! Das ist da links hingeworben. Ne, jetzt ist er wieder weg. Oh, nice. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ich glaube, wir müssen nochmal runter, kann das sein? Ich glaube schon, ich glaube, wir müssen das mitnehmen, da habe ich das Gefühl. Was hat denn das gebracht, wenn du einfach... Geh, ich habe es auch nicht gecheckt, er hat ja irgendwas da rausgezogen. Ich glaube, wir müssen einfach da weiter durch oder so, vielleicht den Papieren irgendwie. Ne, weiß ich nicht. Hör mal den Augen. Was hat das gebracht? Hier unten kann der nicht auftauchen, ne? Also zumindest war es vorhin nicht. Ah, warte, schau mal runter. Habe ich irgendwas gesehen mit dem Tagieren oder so? Das hat er ja rausgezogen. Ja. Aber was bringt das? Steht da was? Ne. Das sieht aus wie so... Das ist tatsächlich irgend so ein Riegel, der hat irgendwas ausgelöst. Aber was hat er da auslösen können? Ich sehe aber auch nicht durch, muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wieder ganz zurück zum... Machen wir mal ein Foto von ganz oben. Ne. Also hier kann ich... Hier kann ich... Habe ich was im Inventar? Ups, Entschuldigung. Ne, nur den Schlüssel. Ein Feuerzeug, was nicht funktioniert. Das war beschissen. Oder meinst du nochmal in diesen Dingsraum? Mit den Pflanzen? Hat es vorher ein Ding gemacht? Links? Habe ich auch schon gedacht, ne. Hat es Schnellspeicherung gemacht? Ne, gar nicht eben. Das ist so scheiße. In den Raum mit den Pflanzen vielleicht? Dann stirbst du wieder. Ne. Oder? Warte. Ich bin die ganze Zeit am Kriechen wieder. Ich glaube nicht, dass man hier stirbt, oder? Vielleicht ist das dieser Raum oben jetzt. Soll ich mich nochmal hinsetzen? Und aufstehen? Jetzt geht's weg, 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 raus, raus, raus. Ins Licht, hinge durch ihn. Mach Foto? Kann nicht. Ja, ne. Siehst du? Das ist voll scheiße, Mann. Jetzt geht's wieder. Ah. Ich muss da einmal schnell Feuer zurück machen, dann ging's. Wir müssen den nur provozieren. Vielleicht in diesen... Das ist der Wald noch. Nicht rein ganz, aber... Da muss doch kommen. Bist du erst da hinten leeren? Ja, eben. Vielleicht da links was? Ich finde ja vorhin rechts gegangen. Vielleicht da ganz links? Ganz links? Geh wieder da raus, das ist eine Chance. Bewegen? Ich verstehe die Logik nicht. Ich dachte, das ist ein Horror-Game, wo man einfach irgendwo hingehen muss, und man wird erschreckt, und man muss nicht genau noch Rätsel lösen, ey. Also, schon Rätsel lösen, nicht so eine krasse Rätsel. Machen wir wieder zu? Nein, nein, nein. Kann ich nicht dagegen. Hä? Warte mal, denk mal logisch. Wir haben etwas rausgezogen, was im Keller ist. Kannst du hier, häng du an den Wänden. Ah, da vorne ist, da rechts beim Bild. Wo, da? Da, ja. Bist du sicher? Also, ich glaub's? Nein. Ja, bleib einfach in der Ecke, da kannst du dann das Traum berühren. Das ist gut. Das ist ja das da hinten. Nee. Irgendwie in Ruhe, oder so? König. Nein, der kommt noch nicht. Unmöglich. Ah, da ist noch ein Rätsel. Dabei, ja, ja, ja. Es wird's nicht überhaupt, oder? Huh. Geh weg. Kann nichts passieren. Unmöglich. Ja. Wir müssen zwei machen. Ich hab gedacht, dass wir hier in diesem Zimmer vielleicht irgendwas aktiviert haben. Hier finden wir irgendwelche Hinweise. Ich glaub, hier muss doch was sein. Es muss doch was sein, ey. Leute, es muss doch was sein. Kann man nicht aufmachen. Das ist ein Stuhl, Zeitschriften. Weißt du, was ich denke? Ich glaub, du musst wieder in deinen Raum gehen, mit dem Stuhl. Ja. Und einfach links an der Tür vielleicht noch was suchen, oder? Ich weiß es nicht. Boah, ich krieg Kopfschmerzen, ey. Wenn ich dazu lange nicht in dem Raum bin. Oder wieder zurück. Warte mal. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht durch diesen Riegel ist vielleicht jetzt so eine Leiter runtergekommen, oder? Nee. Na, nee, da ist nichts. Ich verstehe den Raum nicht. Ich mach den Zuhl. Warte, Männer, geh mal zurück, zurück. Mach mal Foto rein. Da war er. Da war er. Nochmal. Nochmal? Ey, es sind schon drei. Das waren dreimal. Kannst du da rein fotografieren, in diesem Raum? Einfach fotografieren. Ah, da kannst du kriegen. Da unten. Wo? Geh mal, duck dich da. Duck dich, duck dich, duck dich. Wo? Duck dich einfach. Ja. Da unten, jetzt da. Da, da aus. Da. Kannst du da durch? Nein, 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 nein. Als ob. Nee, geht nicht. Ah, ich dachte auch schon. Jetzt musst du weg. Ich glaube, es ist irgendwas in diesem Raum, ey. Hier vielleicht? Ja, wieso? Ah, sobald du ihn fotografiert hast, kannst du hier fotografieren? Nee, ja, nee, das ging. Ja, ja, einmal ging es, aber. Weißt du, hier ist ja auch irgendwo so Licht da hinten oder so. Da unten habe ich so. Ah, hier haben wir die Hand durchgezogen. Hier haben wir den Riegel rausgezogen. Nee, das macht doch keinen Sinn. Wir waren unten. Ja, in dem Zimmer macht dir das sowieso keinen Sinn, Alter. Aber was haben wir gemacht? Wenn du Leuchte mal? Nee, kommt wieder. Nee, nee, das war nur. Schau mal, da an der, zurück, dreht dich um. Ja, kommt. Links. Oh nein. Von wo? Ich glaube, hier links, links, links. Links, links, da. Hier. Das ist der Raum gewesen, das ist der Raum gewesen, so. Er ist weg, er ist weg. Schau mal, wenn du von außen beleuchtest, jetzt. Mach mal ein Foto. Siehst du da unten? Ein bisschen rechts. Ja, ja, da ist es fotografiert. Siehst du da? Kannst du nicht da durchkriechen? Ja, genau da. Nein, 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 da kann ich... Ich weiß... Siehst du da unten? Ich sehe es doch da. Ich sehe es genau dort. Ja, aber es geht nicht. Geht's, probier? Nee. Guck. Aber das ist das Loch. Mein, ich glaube... Vielleicht wirklich nochmal hinsetzen. Weil das Loch ist halt genau über dem Stuhl, ne? In der Decke ist auch nichts. Ich setze mich jetzt nochmal hin. Und jetzt? Nee. Ah, du musst nur einmal schnell ins Feuerzeug benutzen, dann kannst du auch... Dann kannst du auch wieder die Dings... Schau mal. Siehst du? Ja. Jetzt kommt er wieder. Das ist auch vor mir hinter. Wieso kommt er so oft? Ja. Ja. Aber wenigstens, glaube ich, kommt er nicht hinter dir. Oder? Nee, kann doch auch nicht sein. Was ist das hier? Wäre megafies, wenn es da der Schlüssel so rausfallen würde, weißt du? Was ist? Ja, probier mal rum. Ja, das glaube ich nicht. Das wäre jetzt einfach zu assi, Alter. Wenigstens geht's nicht um Zeit. Das wäre schlimm. So, es passiert jetzt theoretisch gesehen nichts mehr. Auch wenn ich mich jetzt hinsetze. Oh, da kann ich hier auch meine Hand durchstecken. Nee, geht nicht, gell? Ich hab gedacht, dass es jetzt... Probier dich noch mal zu doppen. Auch wenn es... Ja, ja, schon tausend mal und jetzt... Geh mal genau durch das Loch durch. Geht nicht an. Hä? Was ist das? Was ist das für ein Strich, eigentlich? Schneiden Sie mal. Ah, das ist die Decke! Hier sind Ketten von der Decke, oder so. Sind es Ketten? Ja, das sind Ketten. Guck mal, denn Ketten. Was sind denn nur die zwei? Die Kuscheltier, das kann ich auch nicht machen. Hier drunter? Auch nicht? Es muss irgendwie das mit dem anderen... Nein. Nein, 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 nein. Oh! Ist weg. Ist weg. Echt? Ja. Das ist doch ein Schublad, ne? Nein, nein, nein. Sag mir, du bist jetzt da ein Schlüssel raus. Was ist mit dem? Den Natronwasser? Erzähl mir nicht, dass er... Das wäre einfach zu fies, alter. Wenn da so der Schlüssel jetzt drin ist... Wenn da jetzt so der Schlüssel drin wäre, erzähl mir das nicht. Ich hab' nicht geblieben, dass es in dem Rahmen drin ist. Aber ist das jetzt im Schrank drin? Nee. Nee, gell? Was? Nee, ich dachte schon. Da war so ein schwarzer Fläscher, ich dachte, das ist der Schlüssel. Und wenn du ganz rechts gehst? Waren die Entwickler? Bitte macht das Spiel natürlich. Da stand irgendwas. Warte, ich hatte nur Angst, dass jetzt da was passiert ist. Nee, ich dachte, man kommt ja hinter den Schrank. Er kommt. Der kommt ja immer von dort, gell? Der könnte auch aus der Tür kommen. Hau da ist. Hast ihn gesehen? Ganz sicher. Er ist weg. Kann ich nicht versprechen, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt mal so kling, der Schlüssel rausfallen würde. Spielband ist fertig. Ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass der Schlüssel hier in den Kleidern drin ist, aber... Was ist da recht mit diesem... Das ist ein Haken, wo du die Kleider aufhängst. Was für ein Gegenstand mitnehmen? Ich will dir den Stuhl doch nicht mitnehmen, ich will mich draufsetzen. Reinkommen. Das muss hier in diesem Raum sein. Wenn du mal ganz links... Ah, da ist eine Kiste. Ja, ich habe sie auch gesehen, aber nur so eine schwarze. Und das ist ganz links da? Ja. Ich bin fast nicht... Ach, man sieht fast gar nicht. Das ist einfach so gemein. Ja, wir müssen fast da was suchen, einfach. Den Schlüssel suchen, als ob der... Als ob der hier einfach rumliegt, das wäre so gemein. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach auf den Stuhl draufstehen muss. Es geht ja auch nicht. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hintergehe, dass er kommt, weil er schon länger nicht mehr gekommen ist. Aber hier geht es trotzdem mal hinterher. Mann! Hier ist aber nichts. Er kommt, oder? Nee, ist nur so ein Holzbrett. Schau mal die Pfeile, hast du das auch gesehen? Ja, das ist ja um zu... Ach, mal hoch. Ah, sagt mir nicht. Wir müssen da schon auch rechts. Ja. Und jetzt? Nichts mehr. Drück dich mal. Und dann rechts. Braucht man den Pfeilen? Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, es ist nicht so einfach. Ja, der zeigt nach rechts hier. Aber hier ist nichts. Wir machen ein bisschen drüben. Oh, da ist doch etwas drauf. Da. Was ist das für ein Fleck? Das ist nur im Holz der Fleck. Hä, aber... Wart mal. Ach, was zeigt das, wo du da durchschläust? Schau mal, was ist das? Das ist doch so ein... Das ist ein Tisch. Das ist ja der Tisch. Er kommt. Er kommt. Komm schon. Fertig. Bitte sei fertig. Bitte sei fertig. Ich bin fertig. Gut. Er zeigt auf diesen Tisch, ja? Geh mal zurück. Ja, ja, ich geh jetzt zurück. Ey, dieser Blick zeigt doch auf diesen Tisch. Ja. Da muss doch was sein. Geh mal nochmal... Ja. Warte mal. Wenn du dich... Drück dich mal. Wenn ich zu weit unten. Warte mal. Warte mal. Er zeigt doch diesen Teil. Geh mal zu dem Teil. Ich muss doch irgendwas sein in diesem Teil. Wieso ist dieser Spalt da? Ah, Moment. Gleich. Ich will nur... Was habe ich gemacht? Ah. Wieso kann man... Es geht nicht. Also hier kann ich nichts machen. Ich habe jetzt echt alles angeguckt. Geh nochmal zu diesen weißen Milberstücken, wo wir jetzt gesehen haben. Machen wir das. Klicken wir das auf die Pflanze, oder? Kannst gar nicht sehen. Was sind Blutsporen an denen da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir wissen es wirklich nicht. Na ja, den Vasen hast du schon geschaut? Ja, ja. Ich habe alles angeguckt hier. Ja, auch. Das kann man nichts machen. Was ist da oben noch? Was glitzert da? Dieses Schein. Das ist schon der Vasen. Wo? Jetzt weiß es. Ich glaube, wir machen immer hier kurz jetzt einen Cut. Wir nehmen sowieso schon über eine Stunde auf. Leute. Wir werden schneiden. Keine Säule. Haltet mal die Ohren rein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020